Hallo und willkommen in der Büchergalaxie. Heute werde ich einmal ein Erklärvideo machen, und nämlich über die griechische Mythologie. Aber nein, die griechische Mythologie hört sich langweilig an, ist es aber auf keinen Fall. Aber es ist etwas kompliziert, deswegen möchte ich heute ein Erklärvideo machen. Und jetzt fragt ihr euch, warum über die griechische Mythologie? Weil die schon in zwei von meinen Videos vorkam, nämlich in dem Video, was ich eben hochgeladen habe, und in dem Video, was ich vor zwei Monaten hochgeladen habe, nämlich um Percy Jackson und Apollo, die Abenteuer des Apollo. Und jetzt möchte ich anfangen, euch die griechische Mythologie zu erklären, und was es damit auf sich hat. Und dafür habe ich ein Plakat für euch vorbereitet, was ich euch jetzt präsentieren möchte. Da das Plakat sehr, sehr groß geworden ist, und ich in diesem Video nicht alles erklären kann, und ich mich gleich auf das Wichtigste beziehe, könnt ihr euch das Video einmal auf Stopp machen, und euch das Plakat einmal anschauen. Ich warte jetzt einmal fünf Sekunden, und dann gehe ich von oben nach unten noch einmal, damit es besser zu lesen ist. So, das ist jetzt mein Plakat, und ich werde euch gleich die wichtigsten Sachen über die griechische Mythologie erzählen. Bis gleich. In der griechischen Mythologie geht es darum, dass heldenhafte Taten von Göttern, also Mythen, weitererzählt wurden, von Zeit zu Zeit, durch die Menschheit, durch die Sprache. Die wurden immer weitererzählt, und nicht blöde Sachen, immer nur Heldentaten von Göttern. Das ist die griechische Mythologie. Und die Griechen, die glauben nicht nur an einen Gott, die glauben an mehrere Götter, und die wichtigsten Götter lauten zum einen auf jeden Fall Zeus, das ist der Göttervater, der über den Himmel herrscht. Zeus herrscht über den Himmel. Poseidon ist der Gott des Meeres, der herrscht über das Meer. Und noch Hades, der regiert die Unterwelt. Und die haben sich so eingeteilt. Aber die Erde, also die Welt, die gehört sozusagen allen. Es gibt noch Tausende mehr, nicht Tausende, war übertrieben, aber es gibt noch richtig viele Götter, viel mehr Götter. Aber nicht alle sind bekannt und so wichtig. Und es gibt nur zwölf Götter, die zum Olymp gehören. Und falls ihr euch fragt, was ist der Olymp? Das ist nämlich der Ort, wo sich die Götter aufhalten und wohnen. Das ist nämlich ein riesengroßer Berg im Griechenland. Und die Götter, die da wohnen, die werde ich euch jetzt einmal sagen. Und bestimmt habt ihr schon einen der Götter schon mal irgendwo gehört. Zeus, der Göttervater. Poseidon, das ist sogar der Vater von Percy Jackson. Falls ihr Percy Jackson schon gelesen habt, müsstet ihr den eigentlich kennen. Hera, Demeter, Apollon oder den kann man auch Apollo nennen. Das ist die Hauptfigur von dem Video, von dem Buch, was ich eben hochgeladen habe. Und wenn man sich manchmal fragt, Hephaistos, ist das ein männlicher Gott oder ein weiblicher Gott? Das kann man immer daran erkennen, dass hier hinten ein OS ist. Und wenn immer hinten dran ein OS ist, ist es auf jeden Fall männlich. Und die residieren, diesen Begriff hatte ich vorher auch noch nicht gehört, das habe ich auch dazu gelernt. Die residieren auf dem Olymp. Falls ihr euch fragt, was ich hier oben geschrieben habe, da habe ich einfach nur geschrieben, alle Götter, die es ungefähr gibt, wie das aufgebaut ist. Weil Zeus ist ja der Göttervater und der hat fünf Geschwister gehabt. Und er hat zehn göttliche Kinder und die hat er mit unterschiedlichen Frauen erzeugt. Und da hat er noch zwei Kinder mit sterblichen Frauen. Und ihr hattet ja eben schon euch das angeguckt. Und jetzt wisst ihr auch, was ich da geschrieben habe. Aber zum Abschluss möchte ich euch noch einmal zeigen, was die Eigenschaften der Götter sind. Denn Götter sind ja nicht einfach nur da, die müssen ja auch irgendwas können. Und das erkläre ich euch wieder von den wichtigsten Göttern. Wir fangen, wie gesagt, an mit Zeus. Das habe ich aber eben auch schon erklärt. Er ist der Göttervater und regiert den Himmel. Himmel ist ja auch sowas schon Macht. Ist halt ein ganz großer Raum. Dann kommt Hera, die ist die Tochter des Zeus. Ist klar. Dann kommt Hades, der regiert die Unterwelt. Und Poseidon, der regiert das Meer. Und ist gleichzeitig der Vater von Percy Jackson. Die Hauptperson von dem Buch. Histia ist die Göttin des Familien und Staates. Herres, dann Demeter, sorgt für Fruchtbarkeit der Erde. Die kam auch im Buch vor, das ich eben hochgeladen habe, in den Abenteuern des Apollo. Das ist nämlich die Mutter von Meg. Wenn ihr das Buch gelesen habt oder euch mein Video angeschaut habt, wisst ihr auch, wer das ist. Dann kommt Fruchtbarkeit des Getreides und die Saat. Das hat ja alles was mit Pflanzen zu tun. Dann kommt Apollon oder Apollo, Gott des Lichts, der Heilung, des Frühlings, der Künste, insbesondere der Musik und der Dichtkunst. Und es gibt noch, glaube ich, fünf Sachen mehr, die er auch noch kann. Aber es war einfach zu viel zum Aufzuschreiben. Das sind die wichtigsten Sachen dafür. Und man lernt auch wirklich aus dem Buch, was die verschiedenen Götter auf sich haben. Denn ich wusste schon von Anfang an, dass Apollo etwas mit Licht, der Heilung, das kam alles in den Büchern vor. Und man konnte richtig viel aus den Büchern lernen. Dann kommt noch Hermes, er ist der Bote des Zeus. Der kam oft in Percy Jackson vor. Athene, die Göttin der Weisheit und des Kampfes. Und Aphrodite, Göttin der Schönheit und der Liebe. Das sind so die wichtigsten Götter, die ich euch jetzt erklären wollte. Und ich hoffe, ihr konntet viel daraus lernen. Und ihr versteht jetzt etwas die griechische Mythologie. Und könnt so auch die Bücher verstehen und viel Spaß beim Lesen haben. Ciao.